und heute spielen wir mal wieder wie ihr link in einer runde king of twitter ich habe absolut keine ahnung was ich mir machen muss wir gucken einfach mal so bestellung verkäufe verkäufe nachbestellen ja alle hinzufügen die wir bestellen bestellung auf hier sagt in dem nächsten tag beginnt ja können wir mal machen sind 0 let's go in dem 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 ich bin doch ein bisschen müde tatsächlich so kann ich das thema auspacke da packen wir die kacke immer aus wir können das ja gar nicht auspacke irgendwann sagte mir dass ich nicht mal auspacken kann okay jetzt in dem 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 ich bin morgens gekostet wir kommen dann so steht ja sogar da hast du schließt und geöffnet ja mann 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 kommen sie rein kommen sie rein ist dieser lagen noch nie aufgefallen was verkaufst du doch männer t-shirts t-shirts meine wir haben eine große auswahl an männer t shirts das interessiert mich im moment nicht wir haben eine große auswahl das interessiert mich im moment aha danke für ihre hilfe gehen sie weg kommen wir nicht in sie ja meine ersten kunden jetzt rausgegnen werde kriegst eine klatsch ja nimm die hose nehmen sie dir so machst du es brav ist das nicht eigentlich eine männerhose wie egal ich komme doch schon dann kriegen wir doch mal dass wir hier alle artikel wieder auffüllen 9 9 sehen ja fast so aus wie ich nur in das sage ich nicht weil das ist rassistisch so jetzt geht da auch noch haben sie kein geld das ist ein spaß heute das ist ein spaß ja kurze hosen rein da nicht genug geld ich bin die 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 brechen aber wenn ich mir abbrechen ja aha so geht das moin moin sie wollen also eine hose kaufen und kaufen sie sich hier eine ähm sie sind frisch neu im sortiment eigentlich nicht aber kaufen sie sie trotzdem wenn sie sie nicht kaufen okay sie kaufen sie und sie ebenfalls graue haare ja sie dürfen natürlich auch ich komme schon ich komme schon die die sie sind aber sehr interessant wie geht's ihnen denn so wo kommen sie mir nicht zu nah Guten Tag. Hallo. Ich rede mit Ihnen. Hallo. Wollen Sie... Ui, da ist ja die Nächste, die genauso fast aussieht wie ich. Dim, 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 dim. Heute ist so ein schöner Tag, oder? Oh, ich habe gar nicht in meinem Laden geguckt. Wollen Sie in meinem Laden rein? Gehen Sie rein. Gehen Sie rein. Ja, gehen Sie rein. Mir ist dieser Laden noch nie aufgefallen. Ja, wir verkaufen hier Frauenuntertage. Eigentlich nicht. Ich könnte mal einen Blick drauf werfen. Das ist nice. Dim, 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 dim. Ey! Seine Zwillinge, oder? Hallo, sind Sie Zwillinge? Hallo, hallo. Ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Ich bin halt ein alter Dings. Ich kann nicht mehr so schnell. Gehen Dank für Ihren Einkauf. Ey, bleiben Sie doch hier. Äh, ist das eine Frau? Ja. Hm. Machen wir auch einfach. Das interessiert mich im Moment nicht. Ja, dann tschüss. 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 Oh, hallo. Äh, Frauenschuhe. Ne, wir verkaufen keine Schuhe. Dann tropft es halt. Ja, sehr interessant. Oh, sie ist, ähm, wer gedingst? Freude, Geduld. Aha. Kaufabschließen. Ja. Ja, kein Problem. Gehen Sie rein und gucken Sie mal hier. Was haben die ja alle für Haare? Wenn Sie die jetzt nicht nehmen und einfach... Hallo? Hallo? Nein. Nein. Ach, du einige, wie viele stehen hier. Moin. Sie wollen bestimmt auch Frauen-Tops, oder? Ne, wollen Sie nicht? Okay, dann gehen Sie einfach. So, ich habe das Gespräch sehr gut beendet und jetzt geht sie rein. Perfekt. Ich kann das doch. Sie wollen auch Frauen-Tops, habe ich gehört. Sehr interessant. Ja, das stimmt. Ich kann Ihnen hier gerne ein bisschen Freude anbieten. Bojo, sie ist ja richtig interessiert. Dann gehen Sie mal gerne rein. Sie haben doch eh schon genug Kohle. Oh. Nein. Ich habe Geld verloren. Weil ich zu lange... Hm. Weil ich diese Frau beschäftigen musste. Äh, nee, nicht Herren. Na doch, wir könnten eigentlich auch mal Schuhe holen. So schöne Schuhe. Wir haben aber leider kein Geld dafür. Guten Tag. Guten Tag. Äh, 100 Euro? Nice. Hallo. Sehr geehrte Frau, können gerne bei mir... Ja, 100 Euro da lachen. So, ich komme ja schon zu Ihnen, ja, Sie... Ey! Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Ich wollte gerade zu Ihnen laufen. Hm, aber sie will. Äh, er will. Entschuldigung. Männer-T-Shirt. Sehr interessant. Ja, ich weiß. Man muss einfach nur die ganze Zeit hier auf... ...den Dings drücken und dann auf OK und dann fertig und dann... ...und dann gehen die einfach rein. Perfekt. Hallo. Nee, du kriegst keine Hilfe, weil ich hier gerade jemanden... ...dingsen muss. Danke, aber nein. Ja, bitte sehr. Wer braucht Hilfe? Die brauchen Hilfe. Ey! Nö, dann habe ich keinen Bock mehr. Sehr schnell. Wie ist dieser Alarm noch nie aufgefallen, ja? Verkaufen hier Frauenunterteile. Äh, tschüss. Ich muss da mal gehen, weil... ...die Kasse. So. Oh, da ist ja noch jemand. So viele Kunden hatte ich ja noch nie. So, jetzt aber. Frauenschuhe. Äh. Ehrenbekleidungsschuhe. ...lässig. So, holen wir uns noch mal schön hier sowas. Stellen wir hier auch in the middle. Ja, das kann man sich auf jeden Fall mal holen. So, dann gehen wir hier mal kurz zu den Typen hier. Ähm. Ja, mir ist ja da noch nie aufgefallen. Mhm. Danke. Sie wollen auch rein. Okay. Komm, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. So, machen Sie schneller. Ja, tschüss. Ich muss zur Kasse. Gate, gate, gate in meine Täsch. So, zahlt sich das gut. Hallo. Boah, da kaufen Sie sich das. Hat der auch. Gut, Sie Artikel einmal neu reinpacken. So, ich komme ja schon. Hören Sie auf zu pfeifen, Sie pfeife. So, ich muss... Wow, wow, wow. Ich muss mal kurz hier in the back route. Lager ist schon wieder voll. Oh, Sie haben eine Frage. Ich bin mir nicht sehr, was ich suche. Was können Sie mir empfehlen jetzt? Das hier. Kann mir niemals in diesem Sinn etwas kaufen. Artikel verkaufen. Ach, Sie kriegen schon Freude nach. Wirklich. Äh, mach's gut, meine ich natürlich. Hallo. Sie wollen hier gerne rein. Dann kommen Sie auch hier rein. Wir bieten Ihnen sehr Freude hier an. Er ist einfach komplett grün. Ja, kein Problem. Sie auch. Hm, 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 hm. Ich mache ihn jetzt bis zu... So. Genau, jetzt gehen Sie auch rein. Ja, geht ihr sehr. Kaufen Sie, was Sie wollen. Färbelkleidungsschuhe. Lässig. So. Habe ich hier auch irgendwie andere Schuhe? Habe ich bei den Schuhe? Nee. Nee, ich muss grad... Ich muss grad die Kassel benutzen. So. Wenn Sie jetzt... Ich drück, ich drück, ich drück, ich drück, ey. Okay. Was können Sie mir im Support-Sortiment sagen? Ja, diese Hose hier. So. Hm. Einfach die Freude wieder hochballern. Okay, funktioniert nicht. Oh, es hat trotzdem funktioniert. Hä? Äh? Hallo, weil... Will hier noch jemand in meine... Gute Wein? Ich komme ja schon, ich komme ja schon. Ui, ganz viel Kohle für mich. Hallo. Können gerne bei mir in den Laden gehen. Sehr geehrte Frau. Ja, ja, sie nimmt es an. Frauen-Unterteile. Die gibt es zwar nicht, aber... Sie dürfen dennoch rein. Dürfen sie nicht, weil mein Laden gerade zu hat. Gehen sie sterben. Tschüss. Nimmer wiedersehen. Auf nimmer wiedersehen. Artikel hinzufügen. So. Artikel hinzufügen. Artikel hinzufügen. So, dann gehen wir mal kurz in den Lager, wenn wir das noch schaffen. Auspacken. So. Habe ich jetzt die Schuhe ausgepackt? Das ist jetzt die Frage. Ja, habe ich. Sondale. Ja. Okay. Jetzt kann ich nicht mehr. Miete 94 Dollar. Okay, Leute. Äh, Euro meine ich. Leute, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like, einen Abonnenten, einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videoschrankung verlinkt. Schaut auch gerne bei meinem Discord-Bot vorbei, der ist auch unten in der Videoschrankung verlinkt. Und falls ihr auch einen eigenen Bot haben wollt, schaut auch gerne in die Beschreibung. Ähm, ist der allererste oder der zweite Link. Dort könnt ihr euch einen Bot erstellen. Jetzt habt einen traumhaften Tag. Haut ein, euer Stando. Ciao, ciao. Outro Outro Bis zum nächsten Mal.